Katharina Harz, 23 Jahre alt, ich komme aus Kürten und studiere Maschinenbau. Christian Menken, komme aus Meerbusch, bin 27 Jahre alt und studiere Energietechnik. Mitglied des Energieforum Aachen oder kurz EFA und wir beschäftigen uns mit allem rund um das Thema Energie. Das heißt, wir bieten eine Plattform für Studierende, um mit Wissenschaft, Politik und Industrie ins Gespräch zu kommen. Dazu veranstalten wir regelmäßig Diskussionen, Vorträge, Exkursionen und auch Workshops, bei denen wir uns immer ausgewählten Themen aus dem Bereich Energietechnik widmen. Am 20.11. veranstalten wir eine Podiumsdiskussion zum Thema Energiesystem der Zukunft mit Gästen aus Politik, Industrie und Wissenschaft. Mit dabei sind zwei Professoren von der RWTH Aachen, zwei Politiker von der FDP und von den Grünen aus dem Landtag NRW, sowie zwei Vertreter von Amprion und Uniper, die sich unseren und auch hoffentlich euren kritischen Fragen stellen werden. Also kommt vorbei, wir freuen uns auf euch.